Ganz kurz auf Englisch SVG-Dateien zu importieren. SVG ist ein sehr elegantes Format der Vektorgrafik. Das heißt, man hat keine Pixel, wenn man auf etwas nahe hingeht. Man sieht dann keine Treppen und so weiter an den runden Rundungen eines Buchstabens, eines Os zum Beispiel, sondern man sieht es als eine mathematische Beschreibung einer sehr flüssigen Linie, selbst bei extremen Auflösungen, bei beliebigen Auflösungen sogar. SVG-Dateien findet ihr zahllos im Internet und ich bin jetzt hier mal bei den Wikicomons. Wenn ihr Wikicomons und SVG sucht, dann findet ihr jede Menge Dateien und ich bin mal hier unter den, also gibt es Clothing zum Beispiel, also da findet man Hosen dann zum Beispiel. SVG ist immer zweidimensional. Das sind Linien, die man einfach zeichnet, zum Beispiel in Adobe Illustrator oder auch in kostenlosen oder frei verfügbaren Programmen. Kalligrafie, Kartenspiele, Kartografie und ich bin zu Chemistry gegangen, zu Chemie, damit kenne ich mich nämlich überhaupt nicht aus und habe mir dieses 8er Molekül, ich glaube patentiert irgendwann vor 20 Jahren, ich weiß nicht was es tut und was es soll, heruntergeladen. Und jetzt will ich das mal in Maya importieren. Hier ist die SVG-Geschichte. Wenn ihr hier zufällig beim Modeling in den Kurven seid, seht ihr es nicht, denn es ist tatsächlich eine Polygon-Geschichte und ihr klickt einfach drauf und dann tut sich das hier auf. Wie unappetitlich. Ich weiß nicht, warum sie sich einen so großen Platzhalter hier ausgedacht haben. Ich habe, als ich das zuerst sage, gedacht, wie kriege ich den wieder weg. Der ist ein Platzhalter, der verschwindet, wenn ich jetzt ein SVG importiere. Importieren kann ich, indem ich Kopieren, Einsetzen hier mache oder indem ich ordentlich kopiere über den Browser. Und da seht ihr, wie ich in meinen Source-Images vier SVG-Dateien reingetan habe und drei davon gehen nicht. Und das wollte ich euch auch zeigen. Das hier zum Beispiel sieht sehr einfach aus. Das ist eine Buchstabe aus dem tamilischen Alphabet. Der erzeugt eine Fehlermeldung wegen Unexpected Point Size oder Numbers oder was auch immer. Dasselbe passiert hier. Da sehe ich nicht mal eine Vorschau. Das ist die Umrisskarte von Frankreich mit eingezeichnet SVG-mäßig eben dem Fluss Diron. Funktioniert überhaupt nicht. Gibt auch einen Importfehler. Und auch dieser Tiger aus Südamerika ist, so einfach er aufgebaut ist, weder mit noch ohne Farben. Er kommt auch nur mit einer Fehlermeldung eben nicht drüber. Aber unser Molekül hier schon. Und das öffne ich jetzt. Und da ist es. Das ist mir zunächst mal viel zu groß. Und deswegen gehe ich hier SVG mal zu Size. Und mache es kleiner. Ich will euch jetzt noch die drei Reiter hier gerade erzählen. Die Geometrie. Hier kann man zum Beispiel die Extrusion, das Herausziehen ändern. Und ich denke mir, man braucht bei so einer chemischen Formel einfach weniger Herausextrusion. Und deswegen ziehe ich das einfach mal zurück. Ihr könntet jetzt hier auch noch die Divisions ändern. Das heißt, ihr macht die Auflösung höher. Und ihr könnt hier auch noch Bevels einsetzen. Ich habe das so ad hoc nicht hingekriegt. Ich finde die Bevels auch beim Textwerkzeug, wo alles, auch das folgende, was ich jetzt gleich noch erzähle, im Prinzip genauso funktioniert. Ich finde die nicht gut implementiert. Texturierung. Ich mache das Ganze mal. Jetzt wird es blau. Ich weiß auch nicht, warum der Klick auf dieses Icon es ausgerechnet blau macht. Macht er hier vielleicht orange? Nee, auch nicht. Das sind, glaube ich, die verschiedenen Seiten. Die Vorderkante und die Hinterkante und die Seiten. Und jetzt gehe ich zur Animation und sage, ich will die Dinge animieren. Normalerweise animieren wir, indem wir rechte Maustaste Set Key machen. Warum Sie jetzt hier Set Keys einen eigenen Knopf haben mit so einem Scheinregler, wirkt auch eher so Hausbacken. Also das ist überhaupt nicht konsistent mit dem restlichen Interface. Also auch nicht glücklich gelöst. Aber probieren wir es mal. Ich bin bei Frame Nummer 1 und setze jetzt einen Key. So, jetzt sind die knallrot. Das heißt für Translate, Rotate, Scale, also für die Größe, für die Drehung und für die Ortung, wo sie jetzt sind, ist alles festgelegt. Jetzt gehe ich zu Frame 120 zurück und drehe das meinetwegen um 90 Grad. Enter. Set Keys. Und jetzt schaue ich mir an, was hier passiert. Die drehen sich zeitlich versetzt um und bleiben dann bei 90 Grad stehen. Also die stehen jetzt bei 0 und machen einen rechten Winkel und dann stehen sie fertig da. Warum die hintereinander sich in welcher Reihenfolge ist, ist völlig unklar. Ich vermute, es hängt damit zusammen, wie derjenige oder diejenige, die diese SVG-Datei erstellt haben, die Kurven nummeriert haben. Man fängt halt irgendwann mit der ersten an und dann macht man die zweite und die dritte. Und hier fängt die erste vermutlich an, sich zuerst zu drehen. Das ist bei dem Textwerkzeug, was ganz ähnliche Tools hat. Hier habe ich in einem anderen Tutorial so angedeutet. Bei dem Textwerkzeug macht es viel mehr Sinn, die Animation, weil der erste Buchstabe anfängt, sich zu drehen. Dann fangen die anderen an, sich zu drehen. Einer nach dem anderen. Das sieht sehr schick aus. Also hier macht das aber keinen Sinn, weil die Reihenfolge einfach Quatsch ist. Deswegen könnte ich Delay Frames, also diese Verschiebung der einzelnen Drehungen auf 0 setzen. Und dann drehen sie sich alle gleich schnell. Und ich kann das auf Zufall setzen. Und dann drehen sie sich nicht mehr nach ihrem üblichen Konzept, sondern... Moment, muss ich wahrscheinlich noch hier machen. Nach irgendwelchen Zufalls... Da fängt mal der eine an, so ein bisschen sich weiter zu drehen. Also das ist jetzt mehr so ein Durcheinander. Ja, das wollte ich erzählen zu den SVG-Importmöglichkeiten. Also ich schätze, da werden einige Bugs noch ausklamüsert werden müssen. Denn völlig intakte SVG-Dateien kommen hier in Maya nicht rein. Und das ganze Tool ist in sich inkonsistent. Und naja, aber ihr wisst, es geht. Das heißt, ihr könnt sowas machen im Prinzip, falls ihr das braucht. Ich wüsste jetzt nicht direkt, wofür.